Das Bildungssystem in den Niederlanden sieht eine Schulpflicht vom 4. bis zum 18. Lebensjahr vor, wovon mindestens bis zum 16. Lebensjahr die Schule besucht werden muss. In der Praxis jedoch befreiten die Gerichte nach längeren Verfahren schon häufiger einzelne Eltern von der Schulpflicht ihrer Kinder, um stattdessen Hausunterricht oder Unschuling zu ermöglichen. Die Kinder werden gewöhnlich mit 5 Jahren in die Grundschule eingeschult. Auf Wunsch der Eltern kann das Kind aber auch schon mit 4 Jahren zur Schule gehen. Dies geschieht in der Praxis sehr häufig. Alle Schulen schließen mit einem Test ab. Dieser besteht aus einem schulinternen Teil und der zentralen Abschlussprüfung, die für alle Schüler der jeweiligen Schulart in den Niederlanden gleich ist. Geschichte Eine der größten Reformen des niederländischen Schulsystems in der Geschichte ist der Mamoewe von 1968 gewesen, der die Grundlagen für das heutige System gelegt hat. Am 1. August 1985 ist die Reform des niederländischen Schulsystems in Kraft getreten. Seitdem sind die Vorschule und die frühere Grundschule in der heutigen Grundschule integriert. Kinder zwischen 4 und 5 Jahren besuchen bereits die erste Klasse. Allgemeines Ein gewichtiger Unterschied zum Schulsystem in Deutschland besteht darin, dass es jedem in den Niederlanden freisteht. Aufgrund seiner Religion oder auf Basis bestimmter pädagogischer Grundlagen eigene, allerdings vom Staat finanzierte, Schulen zu gründen. Daher verwundert es nicht, dass zwei Drittel aller Schüler in den Niederlanden eine private Schule besuchen. Die meisten Schulen sind entweder offenbar, katholisch oder protestantisch. Obgleich die Niederlande zu einem der am stärksten entkonfessionalisierten Länder der Welt zählen, Träger der nicht-öffentlichen Schulen sind in der Regel Stiftungen. Die Wahl der Unterrichtsmethoden steht den Schulen frei. Die Inhalte sind allerdings in staatlichen Richtlinien formuliert und für alle Schulen verbindlich festgelegt. Ob die Schüler den darin bestimmten Leistungsanforderungen gerecht werden, wird mittels landesweiter staatlicher Tests regelmäßig überprüft. Dies gilt auch für Schulen, die von Minderheiten besucht werden. Seit Mitte der 1980er Jahre können Eltern ihre Kinder etwa auf islamische oder hinduistische Grundschulen schicken. Weiter können Eltern wählen, ob sie ihre Kinder auf eine Kategorialschule schicken, an der nur eine Schulform gilt, oder sich für eine Schulgemeinschaft entscheiden. Diese beherbergt mehrere Schularten. Seit Ende der 1990er Jahre haben viele Schulen aus finanziellen Gründen miteinander fusioniert, da so Direktorenstellen eingespart werden. Grundschule Die niederländische Grundschulen umfassen acht Klassen, die hier als Gröppen bezeichnet werden. Gröb 1 bezeichnet die Vierjährigen und Gröb 8 normalerweise die Zwölfjährigen. Diese Grüppen umfassen also sowohl den Vorschulbereich als auch die weiterführende Schule. Der Unterricht vom 4 bis zum 5 Lebensjahr kann inhaltlich mit der Kindergartenpädagogik in Deutschland verglichen werden. Allerdings ist er hier in der Regel verstärkt in den Grundschullehrplan integriert. Ab Gröb 3 fangen die Kinder an, das Lesen, Schreiben und Rechnen zu erlernen. In den beiden letzten Basisjahren beginnt der Englischunterricht. Weitere Fremdsprachen werden allein in Schulversuchen angeboten. Im letzten Grundschuljahr legen sie eine zentrale Prüfung ab, die vom Zentralinstitut für Testentwicklung entwickelt und später ausgewertet wird. Mit Eingang des 8. Schuljahres findet eine Vorabprüfung statt, mit deren Ergebnis eine Vorbereitung auf den eigentlichen Test möglich ist. Anders als in Deutschland, wo nur das Gutachten eines Grundschulpädagogen bei der Wahl einer weiterführenden Schule zugrunde liegt, wird in den Niederlanden anhand des ZITO-Ergebnisses und einem Gutachten durch die Grundschule, erstellt von den Klassenlehrern der letzten Schuljahre sowie eines nicht unterrichtenden Begleiters eine bindende Empfehlung ausgesprochen, von der nur in begründeten Ausnahmen abgewichen werden kann. Auch die Anmeldung zur weiterführenden Schule erfolgt in der Grundschule, welche die Empfehlung und Testergebnisse direkt an die weiterführende Schule durchreicht. Der Stundenplan sieht in den ersten beiden Gruppen 22 Unterrichtsstunden vor, in den darauffolgenden Jahren mindestens 25. Der Unterricht findet in der Regel montags, dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 15.15 Uhr statt. Eine Mittagspause ist darin integriert. Mittwochs und freitags ist der Unterricht kürzer. Manche Schulen weichen von den genannten Regeln ab. Zum Beispiel die recht weit verbreiteten Waldorfschulen sprechen von Vorschule und Klassenstadtgröpen. Sowohl Englisch, Französisch als auch Deutsch wird hier schon von der 1. Klasse an unterrichtet. Weiterführende Schulen Im Anschluss an die Grundschule folgt eine weiterführende Schule für Schüler zwischen 12 und 18 Jahren. Die Sekundarbildung kann in folgenden Einrichtungen absolviert werden. Einrichtungen der voruniversitären Bildung, Einrichtungen der allgemeinen Sekundarbildung und Einrichtungen der berufsbildenden Sekundarerziehung. Das erste Jahr der Sekundarschulen aller drei Formen ist die sogenannte Übergangsklasse. Sie dient vor allem der Orientierung des Schülers auf seine zukünftige Schullaufbahn. Der vorwissenschaftliche oder voruniversitäre Bildungsgang dauert sechs Jahre und hat die Vorbereitung der Schüler für die Aufnahme an eine Universität zum Ziel. Die Erteilung des voruniversitären Unterrichts findet in drei Arten von Schulen statt. Dem Gymnasium, dem Arteneum oder dem Lyzeum. Der Unterschied zwischen Gymnasium und Arteneum besteht in der Sprachenfolge. Im Gymnasium gehören Latein- und Griechischunterricht zu den Pflichtfächern beim Arteneum nicht. Bei einem Lyzeum handelt es sich um eine Kombination zwischen einem Gymnasium und einem Arteneum mit einem gemeinsamen Anfangsjahr. Im vierten bzw. fünften Schuljahr gliedern sich die Gymnasien und Athenien in vier Teile. Die sogenannten Profielen. Culture on Machapi, Ökonomie on Machapi, Natur on Gezontheit und Natur on Technique. Es gibt Fächer welche für alle Profile verpflichtend sind, wie Niederländisch und Englisch, das Profil-Deal, die zum Profil gehörenden Fächer und einige Fächer, die die Schule selbst wählen kann. Culture on Machapi ist auf Fremdsprachen, Geschichte und Kunst eingerichtet, Ökonomie on Machapi auf Geschichte, Ökonomie sowie auf angewandte Mathematik, Natur on Gezontheit hat Biologie, Chemie, Mathematik und entweder Erdkunde oder Physik als Wahlfach innerhalb des Profils. Natur on Technique hat Mathematik, Chemie und Physik verpflichtend. Es läuft also von sehr sprachlich, geisteswissenschaftlich bis zu sehr exakten Naturwissenschaften. Jeder Ausbildungsgang endet mit einer Abschlussprüfung. Der fünfjährige höhere allgemeinbildende Ausbildungsgang ist hauptsächlich darauf angelegt, die Schüler auf eine höhere Berufsausbildung vorzubereiten. Tatsächlich setzen jedoch häufig Schüler, die den HAWO-Abschluss erreicht haben, ihre schulische Laufbahn fort, um den VWO-Abschluss zu erreichen. Andere besuchen eine Berufsschule anstatt in einen höheren Berufsbildungsgang einzutreten. Niederländer übersetzen die HAWO ins Deutsche oft mit Realschule. Tatsächlich aber ist das HAWO-Zeugnis eher mit der deutschen Fachhochschule Reife zu vergleichen, denn es ermöglicht den Zugang zur vierjährigen Ausbildung an einer Fachhochschule. Im dritten bzw. vierten Schuljahr gliedert HAWO sich in vier Teile die sogenannten Profielen, Culture on Matchapie, Ökonomie on Matchapie, Natur on Gezontheit und Natur on Technique. Es gibt die für alle Profile verpflichtete Fächer wie Niederländisch und Englisch, das Profil Deal, die zum Profil gehörenden Fächer und einige Fächer, die die Schule selbst wählen kann. Culture on Matchapie ist auf Fremdsprachen, Geschichte und Kunst eingerichtet, Ökonomie on Matchapie auf Geschichte, Ökonomie sowie auf angewandte Mathematik, Natur on Gezontheit hat Biologie, Chemie, Mathematik und entweder Erdkunde oder Physik als Wahlfach innerhalb des Profils. Natur on Technique hat Mathematik, Chemie und Physik verpflichtend. Es läuft also von sehr sprachlich, geisteswissenschaftlich bis zu sehr exakten Naturwissenschaften. Jeder Ausbildungsgang endet mit einer Abschlussprüfung. Vor einigen Jahren wurden die unteren Bildungsgänge zusammengefügt. Mittlerer allgemeiner vorbereitender Bildungsgang ungefähr mit der Realschule vergleichbar. Niederer beruflicher Bildungsgang später vorbereitender beruflicher Bildungsgang eine Art Hauptschule. Individueller beruflicher Bildungsgang eher eine Art Sonderschule. Der neue, vierjährige berufsvorbereitende Sekundarunterricht ist aber dennoch noch unterteilt in einen theoretischen Lehrweg und einen praktischen Lehrweg. Der VMBO bereitet die Schüler hauptsächlich auf den späteren Besuch der Berufsschule vor. Viele Schüler mit dem VMBO-Abschluss streben danach den HAVO-Abschluss an, während andere lediglich einen berufsorientierenden Kurzbildungsgang durchlaufen oder eine Lehre im dualen System aufnehmen. Die VMBO nimmt rund 60% der Kinder der Primarschule auf. Die Berufsbildungsgänge bereiten die Schüler auf mittlere Positionen in Verwaltung, Industrie und im Dienstleistungssektor vor. Sie folgen unmittelbar auf einen berufsorientierenden Bildungsgang oder auf einen allgemeinbildenden Bildungsgang. Sie dauern höchstens vier Jahre. Schüler können zwischen technischen Kursen, Kursen aus den Bereichen Dienstleistungen, Gesundheit, Hauswirtschaft, Groß- und Einzelhandel und Landwirtschaft auswählen. Die verpflichtende Arbeitserfahrung am Arbeitsplatz prägt diesen Ausbildungsgang. Berufliche Kurzausbildungsgänge wurden 1979 in Folge der damals neuen Weiterbildungsverfügung eingerichtet. KMBO-Kurse bereiten Schüler auf die Berufstätigkeit in einfachen Tätigkeitsfeldern vor. Sie werden Jugendlichen von 16 Jahren ab angeboten. Um zugelassen zu werden, müssen die Schüler entweder ein LB- oder ein MAVO-Abschlusszeugnis vorlegen. Oder sie müssen eine 10-jährige Vollzeitschulbildung nachweisen. Die Kurse sind Vollzeitkurse und dauern zwei bis drei Jahre. Praktische Arbeit sowohl innerhalb wie außerhalb der Schulen bilden einen wichtigen Teil dieser Ausbildungsgänge. Einige Teile der Kurse sind unmittelbar berufsbezogen, andere vermitteln allgemeinbildende Inhalte. Neben den Vollzeitschulischen Berufsbildungsgängen gibt es in den Niederlanden auch eine Lehrlingsausbildung im dualen System. An ein bis zwei Tagen der Woche erhält der Auszubildende Berufsschulunterricht. An den übrigen Tagen wird er im Betrieb ausgebildet. Hochschulen, siehe auch, Liste der Universitäten in den Niederlanden. So ein Junge друг cuz es an die enamcomsteigenden Berufsschultern ist. ставEN, mit der ersten nuovo eingebede月n壇ungsbehältnis ist. So ein Junge Burton sincere was Wasser. So ein Junge wurde für einen Song für Abangef��. Das war das noch nicht auf der Urheilいただgelandärkt. So ein Junge hat die Türkeitschen unter den Schweiz nie auf als niederlisted,